Also wir sind hier im Moment in den Wallanlagen in Bremen. Einen der schönsten Motive, die wir hier in Bremen haben vor der Wallmühle und wir bepflanzen hier heute das Beet neu. Wir nennen das Wir für Bremen Aktionstag der Sparkasse Bremen. Alle Filialen sind geschlossen, die Hauptstelle ist geschlossen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es sind über 1200 heute, sind an ganz vielen Einrichtungen in Bremen aktiv und engagieren sich da für gemeinnützige Einrichtungen. Das Besondere an diesem Tag für mich ist natürlich zum einen, dass ich meinen Schreibtisch mal verlassen darf und ein bisschen über den Tellerrand blicke und im Grunde genommen für einen Tag in ein ganz anderes Berufsbild auch mal eintauche. Denn diese Sommerblumenpflanzaktion, wie wir das nennen, bei der geht es ja darum 25.000 Blumen an einem Tag zu pflanzen und da ist jede operative Hilfe natürlich hochwillkommen. Und insofern bin ich schon begeistert. Man könnte vielleicht sagen, das war ein gewisses Investment an menschlicher Arbeitszeit, aber mit einer garantiert positiven Rendite, wenn man das Bild sieht. Davon mitgenommen habe ich, dass es total schön ist, ja ich sage mal im Freien zu arbeiten, aber dass ich garantiert morgen auch ordentlich Muskelkarte haben werde. musik Untertitelung des ZDF, 2020